jo leute was geht herzlich willkommen zu einer neuen folge project argo mit live und niklas und wir spielen noch mal den spielmodus mink mink vor allem link wie immer ich gehe ich gehe mal auf die rechte seite und guck mal da kommt gerade noch ein das ist gut da sind die teams wieder ausgeglichener spieler er die gehe das gilt der soeben gehen das sind die gut aber diese leute beziehungsweise auf den spielmodus hat man was ich kann aber so was er hat er hat man ein paar ausgleichen ich will auch schon gut in keinem erst mal wieder auch gut zwei leute so ein reiches los 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 mädchen aber auch die wien ist so los 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 der entdeckte das ist so gut ist und wir haben jetzt und wenn es uns zu tun Ja die sind doch voll gut Ja boah es sind 4 Und die haben Fickches Der ist der einzig gute Naja der ist auf Entfernung gut Das war der einzig gute aus der letzten Runde glaube ich Ne die anderen waren auch sehr gut Ich gehe 1A Ich gehe 1B Ne ich glaube 2 Ok Ok so 1 Ich rufe 2 Ich rufe 2 1B 1A Und ihr ruft M Ok Niklas du läufst zur Mitte Ja sicherlich Wow ich mich einfach nicht bewegen konnte Ich gehe übrigens A Ja es ist egal ob der A oder B ist Es ist scheißegal ob der A oder B ist Ihr müsst dann nur schonmal zu 2 Weil wenn ich 1A fertig habe Ihr geht zu 2 Ihr geht zu mit Niklas Oder ihr macht noch 1B fertig Die brauchen wir nicht unwichtig Es wäre aber nicht schlecht wenn wir es zusätzlich noch haben Es wäre aber nicht schlecht wenn wir es zusätzlich noch haben Es wäre nur Punkte und Punkte brauchen wir nicht wir wollen gewinnen Also brauchen wir eigentlich schon Ok go mit 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 Die gehen alle schneller Die gehen alle schneller Eins hat sie nicht Doch die holen auch weil es 2 sind Ja Ich bin echt echt Gute 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 er aus dem Bildschuss ein Stück was er ist er kann es wollen er war er in das Leben und fertig wie gerade ich war ich habe auch überlebt wir haben wie ich einfach noch gekillt ja ja genau wahrscheinlich der gleiche okay du 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 Ja, du gehst wieder 1A oder B Ich bin M Instance 2 Vorsicht nicht, erschreck nicht, komm zu dir Ich so, Michi so, haha, es geklappt Ich so, nee, und er so, ja, ja Ich kenne 1, komm, komm Hey, Tigger Ich dachte, du wärst Mitte und guckst links Ich habe rechts geguckt, weil ich auf der rechten Seite von dir stand Das ist cool, wenn du Ich bin da Ich habe einen geholt, da kommt einmal noch einer Wir haben gerade etwas gehabt Leute, komm schon Die kamen von hinten Fail, Teamkill Nee, oh mein Gott, ich dachte gerade Ich hätte gerade nicht Noch alles zusmoken Boah Hehehe Da 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 Ah Da Nee, ich habe ihn noch mal geklappt Nee, nee, nee Halt's Opnan, wie viel schluckt der denn? Ficker, weiß 90 Ganz ehrlich, Fick-Schuss ist echt übelst krass gepanzert, Mann Ich habe ihn die ganze Zeit in die Brust geschossen. Ihr seid so schockiert, der Typ. Nice, richtig schön negativ. Äh, ich bin jetzt so... Er lag einfach unter, ich stand auf ihn drauf, einfach auf ihn drauf, Alter. Er lag unter dir? Aber du hast ihn. Ich stand auf ihn drauf, ja. Puts, Junge. Weg ist er. Alter, Alter. Was sich abgeht. Lass doch an! Nein, nein, links! Ich spiel Leiche, ich spiel Leiche. Ja, was ist das Links? Links, bei dem Haus. Oh, was, musst du die lohnen? Ja, hier kommt auch noch einer, geil! Ich kann mal... Oh, durch mir... Seid ihr beide tot? Nein, ich lege hier, aber er ist direkt neben mir. Er sieht nicht, was ich noch nicht bedacht bin. Egal, hinter mir kam einer und vor mir kam einer. Die steht auf mir. Die checken es nicht. Die lagen noch... Die standen auf mir, übrigens. Ich habe es gesehen. Hey, ich lag da und habe es so getan, als... Easy, easy, gg. Nein, es ist Top 3. Also, ich spiele noch eine Runde. Hm, ich nicht. Okay, tschüss. Gut, Leute, wir sind dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein, ciao! Und das noch um, damit es euch gefallen hat. Und das jetzt... Äh. Ja.